Markiert immer, oh Gott. Ich markiere hier, oh Mist. Klassiker. Der Klassiker. Hast du schon was markiert? Ich bin schon wieder weg. Der Klassiker. Demarkiert. Der Klassiker. Der Klassiker. Der Klassiker. All right. So. Wir müssen ja. Jo. Ja. So, kommen wir noch frecher Latch? Hier ist einer. Hier ist einer. Boah, krass. Alter. Hier ist einer. Oh, nein. Das war bei mir. Das war auch ein Juni. Oh, das war stark. Ich hab' einen Schroß. VEINTE LANZEN IM EINSATSGEBIT. Was? Wunderbar. Gut. Wie viel Geld haben wir? Reicht's noch nicht ganz, wahr? Ganz nicht, ganz. Bestimmt hier unten, oder? Jetzt reicht's. Jetzt reicht's, jetzt reicht's. Wow, okay. Hm, alter, mach bitte einfach. Reicht's jetzt ohne über uns. Reicht's an Boden. RTL. Gegner. Komm mal. War noch mehr? Ja, da hinten noch einer. Zeit zu spielen. Ja, hat schon auf mich gesniped. Okay, ich leg mal ne Mine dahin. Genau, er hat mich natürlich noch. Genau. Wurde gesniped, Robert? Ja, ich hol dich heute. Bist du. Wird erst mal hier hoch gehen. Guck mal, von oben ist besser. Schon wieder keine Bisse. Und, er snreibt mich auch weg. Ja, in den Zelts. Oh, ey, ich möchte ja geek der Typ, ey. Krass. Das ist mir gut, ey. Bist du erst mal die Treppen hoch, ey. kommt 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 noch weiter kommen jetzt alle alter vielleicht kann ich die überraschen samsung gemacht ein paar so gar nicht wie bitte Das ist so dumm hart. Moment. Ach, bitte. Ich hab dir keinen Hunger in ihr sein. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Der Feind nähert sich. Betäubung geworden. Nee. Nein. Nein, 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 nein. One-Shot. Klasse. Klasse. Das war aber haarschhaft, Pascal. Das war richtig knirsch. Geht hier mal zurück. Zu den Jungs. Die werden bestimmt hier wieder landen. Da kann es mal Kills absturmen. Landet schon der Nächste? Gelandet schon, Lena. Starker, voll. Stark. Sehr gut. Okay. Brauchen wir nur irgendwas? Money? Platten? Nice. Oder wir holen. Das wird Drop könnten wir auch holen. Ja, können wir auch machen. Kann nicht viel mitreden. Ah, hier ist ja der Amster Auftrag. Ja, dann gehe ich ja gleich zum Shop. Dann haben wir ja, genau. Dann habe ich genug Kohle. Komm mal, da kommt er schon gleich nochmal da. Progn also blue. Gute an. Okay, lasst den erst mal liegen den Drop. Hört sich sterbe. gather. Ich weiß nicht, ob es ich ja da bin. Ok, lass den erst mal liegen denn Drop, wört sich sterbe. ok das ist krass alter dies ist also die snipen nervt ja krass ja scheiß auf die penner brauche ich platten unbedingt ich habe noch acht sind unter mir aber an dem shop die torne an der mond küsse die lassen nicht locker krank die sind schon hier drin die kommen von da oben mann auch leute ein schuss oder was jetzt mal der kommt gleich hoch ich glaube oben ist noch einer drinnen das ist eine tasche ich kann die leider nicht nehmen hat eine platte übrig 28 meter 9 meter hier irgendwo genau bei uns ist es schon ach ja ganz unten ist er genau hier unten drin ich würde mal ins hauptgebäude aufs dach gehen sechsundzwanzig meter einer ist hier schon drin hier sind platten und die landen hier wieder die landen wieder bei dem loadout dahin ich bräuchte irgendwie wie ich habe zwei nahkampfhafen wo ist er und war unten war nicht oben ach so ich gucke hier ist geblendet da drüben die kommen von da hinten von wo wir gekommen sind gerade ja ja genau jetzt kommt er von einer anderen seite die erste mal um aufs dach rauf jetzt ich bleib jetzt hier guck mal die zonen muss scheitzeiter das ist nicht den müll ich gehe jetzt hier ein die stehen da oben ja die stehen oben an der mauer wenn einer k.o. wir müssen jetzt hier so runter und hinter uns noch einer genau das kann nicht sein ernst sein was für ein bastard ich bin ich selber wieder ich schaffe es nicht mit einem volles team um auf dem dach stehen die schaufen ich habe noch zwei ich habe glück gehabt sein zum glück ich habe noch ein gesprungen klang zumindest so noch offen wie dach bleibt dann zieht sie die 200 zusammen ein stückchen maske vielleicht haben sie ja ja gut ja mit ein paar platten hätte ich vielleicht noch reißen können ja ich jetzt auch erst mal